Ja, ich möchte gerne Corinne Flick für diese wunderbare Veranstaltung und für dieses Thema danken, was gerade Sie als Mutter und wir alle als Mütter und berufstätige Frauen, was uns sehr beschäftigt und was ein Beitrag sein kann für die Zukunft, wie überhaupt die Zukunft weitergeht, wie werden wir unsere Kinder platzieren und was wird passieren in 50 oder 100 Jahren. Es ist ein gesellschaftliches Thema, es ist ein wirtschaftliches Thema, es ist ein juristisches Thema und es ist natürlich auch ein philosophisches Thema. Vielleicht zu den Themen und zu den Aufgaben von Convoco noch oder zu der besonderen Initiative, die gerade darin liegt, in einer freiwilligen geistigen Veranstaltung die Menschen zusammenzubringen, die in unserer Gesellschaft die Leistungs- und die Wissensträger sind, in einer Diskussion, die genau in einen Bereich hineingeht, der nicht wissenschaftlich im geradenen Sinn ist, sondern so popularwissenschaftlich ist, dass eine Vielzahl von beteiligten Menschen sich daran interessieren können und auch Beiträge leisten können und ein Forum finden, in dem gehört und zugehört wird. Es ist ein besonderer Dank an diese wunderbare Initiative.